Namaste! Einst waren sie zahlreich, doch heute sind sie rar. Jäger, Schlechter des Abschaums dieser Welt. Die Hexe. Erschaffen, um zu töten. Einer von ihnen ist eine Legende. Geralt von Riva, genannt der Weiße Wolf. So sehen wir uns wieder, Hexer. Eure kaiserliche Majestät? Sie ist zurück, Geralt. Nach all diesen Jahren. Seid ihr sicher, dass sie es ist? Ja. Und sie ist in Gefahr. Zeugen behaupten, die wilde Jagd verfolge sie. Du musst sie finden. Und wenn ich sie finde? Was dann? Dann gebe ich ihr, was sie verdient. Weißer Wolf. Endlich. Ich bin wegen der Prophezeiten gekommen. Jede deiner Entscheidungen wird Zerstörung bringen. Jede Wahl zu noch größerem Unheil führen. Jede Wahl zu Zerstörung. 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 Zerstörung.